hallo aus der elfringhauser schweiz es ist wieder soweit naturzeit bei portananda wir sind im wunderbaren dalbachtal und drehen hier eine wirklich fantastische runde die natur hat uns wieder er ist sonntag sonne scheint 25 grad bestes wanderwetter es wählt ein laues lüftchen also auf gehst du kommst morgen mit arbeit so Untertitelung. BR 2018 Sehr schön avec. Unterwegs in der Elfringhauser Schweiz. Hier machst du echt nichts verkehrt. Wir sind unterwegs auf einem wunderbaren Rundwanderweg im tollen Dallbachtal. Die Runde ist kurzweilig, aber abwechslungsreich und führt an vielen altbekannten ausgewiesenen Wanderwegen entlang. Wegbeschaffenheit. Was haben wir gemacht? Es waren relativ viele asphaltierte Wegabschnitte. Ich esse. Guten Appetit. Also asphaltierte Wegabschnitte und befestigte Wege, aber auch kleine Pfade und abwegungsreiche Trails. Und auch über sehr warmen und ganz, ganz tollen Feldwegen. Also, wir sind wieder mal begeistert. Ihr macht da absolut nichts verkehrt im Hattinger Hügelland. Wir machen eine kleine Pause und sind auch gleich schon am Ziel. Und dann melden wir uns gleich nochmal. Ich esse hier erstmal eine Wurst oder so. Habt ihr draufgepasst? Was war anders? Schreibt mal in die Kommentare. Hier ist eine Kuh. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich war Potter. Musik Musik